Bald ist wieder Black Friday und das bedeutet Rabatte! 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 Aber wir machen wieder mal nicht mit. Aber warum? Ich bin Daniel von spurenteile.de und darum geht es im heutigen Video Sonntagsgedanken eines Modellbahnhändlers zum Thema Preisgestaltung. Vorweg, dieses Video soll aufklären und für Verständnis sorgen und eigentlich kein Gejammere sein. Wenn euch das stört und ihr euch aber gerne aufregt über Sachen, die euch überhaupt nicht betreffen, dann habe ich euch hier oben ein Katzenvideo eingeblendet. Das ist vielleicht eine gute Alternative, da könnt ihr gerne draufklicken und dieses Tab einfach schließen. Seit wir immer mehr auf den Markt mit ausgesuchtem Rollmaterial aufspringen, merke ich persönlich den Preisdruck sehr. Der Wunsch nach Rollmaterial bei uns im Shop wurde immer geäußert. Auch der Wunsch Produktvideos zu diesem Rollmaterial dazu zu haben, wurde immer wieder gewäuchert. Dem Wunsch sind wir auch nachgekommen, aber wir verkaufen so gut wie nichts. Außer die Sachen, die es halt wirklich ganz selten woanders gibt. Tatsächlich habe ich sogar Lob von anderen Händlern für meine Produktvideos bekommen, weil die bemerken, wenn ich ein Produktvideo über Lok XY mache, dass die Verkäufe von dieser Lok auf einmal in die Höhe schnellen. Woran liegt das? Natürlich am Preis. Machen wir uns nichts vor. Wir alle sind preissensibel, wir sind durch die Geiz ist geil Werbung und viele andere drauf geeicht, nach dem günstigsten Preis, nach dem größtmöglichen Vorteil für uns zu suchen. Da nehme ich mich auch wieder mal nicht aus. Das habe ich ja auch ganz kurz schon im Versandkosten Video angeschnitten. Und bitte, ich meine natürlich wieder nicht alle, sondern es ist halt ein Querschnitt. Da kann man jetzt so viel dagegen argumentieren, wie man will. Es ist halt einfach die Erfahrung, die wir gemacht haben. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Wie kommt es also, dass wir ein Produkt für 67,50 Euro anbieten, wenn andere Händler dafür nur 53 Cent wollen? Erstmal, jeder Händler hat Kosten. Sollte kein neues Thema sein. Miete, Strom, Gehälter, Abgaben, Steuern und so weiter und so fort. Ich kann jetzt diese Kosten senken, indem ich zum Beispiel kein Ladengeschäft mehr habe oder ich weniger Gehalt bezahle oder einfach die Preise senke und dann hoffe, dass über die Masse der verkauften Artikel das Ganze sich wieder ein bisschen amortisiert. Durch diese Punkte kann ich meine Preise senken, also meine Marge niedriger machen, weil ich ja eben weniger Kosten produziere, weniger gelohnt, Gehalt und so weiter und so fort oder dass ich einen höheren Durchsatz eben habe. Denn im Zweifel werde ich ja sowieso mehr von diesem Produkt verkaufen, wenn ich der günstigste bin. Ganz einfach. Freie Marktwirtschaft, geh. Wenn ich das lang genug mit allen möglichen Artikeln mache, dann habe ich vielleicht Glück und bin irgendwann Monopolist und dann kann ich wieder machen, was ich will. Wie so ein bestimmtes Busunternehmen. Im Zweifel muss ich mir die Ware auch gar nicht auf Lager nehmen, sondern mache sogenanntes Dropship. Das heißt, der Kunde bestellt bei mir und ich gebe die Bestellung an den Hersteller weiter und der versendet direkt an den Endkunden. Oder ich lege sie mir nicht auf Lager und bestelle erst beim Hersteller die Ware, wenn sie überhaupt bei mir bestellt wurde. Das heißt, ich muss nicht in Vorkasse gehen. Hat den Vorteil, dass ich keine großen Lagerkosten brauche, weil ich ja nichts auf Lager und ich muss eben auch nicht hohe Investitionssummen in Ware investieren, von der ich ja noch nicht mal in dem Moment weiß, ob sie tatsächlich verkauft wird. Natürlich hat das auch Nachteile. Es kann natürlich sein, dass jemand was bestellt, was dann gar nicht mehr lieferbar ist, gerade in Zeiten von geringen Stückmengen oder limitierten Auflagen. Oder ich muss ewig warten, bis die Ware dann wieder da ist, weil, ja, sind wir ganz ehrlich, teilweise dauert es schon echt scheiße lange, bis hier eine Bestellung eingetruggelt ist. Aber als großen Vorteil habe ich natürlich durch diese geringen Kosten, dass ich dem Kunden das Produkt für einen wahnsinnig guten Preis anbieten kann. Warum finde ich das also jetzt nicht gut, wenn die Händler einen niedrigen Preis für den Kunden machen? Zunächst mal bin ich der Meinung, dass eine UVP, also eine unverbündliche Preisempfehlung, so kalkuliert sein sollte, dass sowohl der Händler als auch der Hersteller davon leben können. Wenn die UVP ein Preis ist, den ich einfach nur durchstreiche, dann stimmt doch schon vorne und hinten irgendwas nicht mehr. Am Rande, die Marge ist jetzt beim Modellbahnartikel nicht so der Brenner. Burner, Brenner. Die UVP bestimmt also meine Marge, meine ideelle Marge. So als kleine Faustregel könnte man jetzt mal sagen, ganz, ganz grob, über alle Branchen hinweg, also nicht auf die Modellbahn speziell geeicht, man braucht so eine Marge zwischen 15 und 20 Prozent, um kostendeckend arbeiten zu können. Das gilt aber wirklich, wie gesagt, für den Handel allgemein. Außer natürlich bist du eine ganz große Nummer und hast 2000 Sendungen am Tag, dann kannst du mit einer geringeren Marge auch auskommen, aber das bin ich ja nicht. Es geht ja hier um so den Durchschnittsmodellbahnhändler. So, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben so eine schöne Standardmarge von 30 Prozent. Der Artikel kostet UVP 154,70 Euro. Eine komische Zahl, erzähle ich euch gleich warum, bzw. ihr werdet es gleich merken, warum. Nach Abzug der Mehrwertsteuer bekomme ich also für diesen Artikel 130 Euro. Die Marge geht von dem Einkaufspreis aus, das sind 30 Prozent, also hat der Artikel mich im Einkauf 100 Euro gekostet. Jetzt macht die komische Summe vom Anfang irgendwie Sinn. Wenn ich jetzt die UVP, diese 154,70 Euro, um 10 Prozent rabattiere, dann komme ich auf eine Summe von 140,63 Euro. Davon bleiben mir nach Steuern 118,17 Euro übrig. Meine Marge sinkt also nicht gleich mit dem Rabatt, den ich gewähre, sondern immer ein bisschen stärker. Wir erinnern uns ganz grob, 15 bis 20 Prozent brauche ich, um kostentechnisch zu arbeiten. Hier habe ich jetzt 18 Euro noch übrig. Kommt ungefähr hin, kann man auch mit leben. Jetzt ist es natürlich so, dass ich vorab den Artikel ja kaufen muss, wenn ich ein eigenes Lager habe, was ich hier auch hier habe. Das heißt, ich muss erst mal die 100 Euro investieren. Und im Zweifel muss ich ja nicht nur die 100 Euro investieren, sondern ich muss ja von diesem Hersteller mehr kaufen oder von vielen Herstellern mehr kaufen, die auf Lager sind, weil man möchte es ja schnell haben. Das heißt, ich muss erst mal investieren. Gehen wir also vom absoluten Minimum aus, 15 Euro, 15 Prozent Marge würden mir einfach nur zum Überleben reichen. Das heißt, ich hätte jetzt bei dieser 10 Prozent Rabattaktion noch einen Gewinn von 3 Euro. Aber diesen Gewinn, den kann ich ja nicht verpulvern. Das ist ja kein Halligalli, Koks und Notengeld, sondern das ist ja Geld, was ich eigentlich wieder reinvestieren muss, weil ich im Zweifel ja auch dieses Teil, was ich gerade verkauft habe, noch mal neu kaufen möchte, weil jemand anders muss es ja auch kaufen wollen. Und damit ich mich eben nicht von einem Warenbeschaffungskredit zum nächsten Warenbeschaffungskredit hangle, machen wir eben bei diesem Preiskampf nicht mit. Ein Sortiment kann nur ausgewogen und gut sein, wenn ich auch Geld habe, um in dieses Sortiment zu investieren. Denn ihr wisst ja, wenn sich wirtschaftlich was nicht lohnt, dann lasse ich es sein. Dann kommen noch natürlich andere Geschichten dazu, also Website und sowas würde ich jetzt in die Standardsachen schon reintun. Aber Videos zum Beispiel, Produktvideos, das ist Arbeitszeit. Und ihr wisst ja, Arbeitszeit ist leider die teuerste Zeit. Wobei ich als Geschäftsführer, ja, wie fast jeder Selbstständige, meine eigentliche Arbeitszeit ja gar nicht berechne. So viel zur Frage, warum wir also zur UVP verkaufen. Das ist die Wirtschaftlichkeit, ganz einfach, weil sonst funktioniert das einfach im Hintergrund nicht. Aber jetzt zur spannenden Frage, wie entsteht denn überhaupt so eine UVP? Ich nehme jetzt hier mal als Beispiel unsere Feinscale-Glaslaternen. Die kosten aus Bausatz rund 10 Euro. Nach Abzug der Steuern sind das 8,40 Euro. Die Materialkosten belaufen sich um die 3,50 Euro für diesen Bausatz. Ist ja geil, 5 Euro gewinnt pro Lampe. Yeah! Wenn die Welt so einfach wäre. Zu den Materialkosten. Die 3 Euro Materialkosten pro Lampe erreiche ich natürlich nur ab einer gewissen Stückzahl. Das sind jetzt hier beispielhaft einfach mal 1.000. Das heißt, ich muss 1.000 Lampenkörper spritzen lassen, 1.000 Lampendeckel machen lassen, 1.000 Lampenmasten bestellen und so weiter und so fort. Ich muss also als Hersteller 3.000 Euro ins Material investieren. Natürlich ginge das Ganze auch in geringerer Stückzahl, dann würde aber der Grundpreis steigen. Dann muss das Ganze natürlich auch noch von jemandem konstruiert und entwickelt werden. Das heißt, wir müssen den Film zeichnen, wir müssen den Film probeätzen lassen, wir müssen die Ätzung dann überprüfen. Dann haben wir da eine Korrekturschleife, da eine Korrekturschleife. Dann habe ich mich bei den Laternen für den Spritzguss für die Laternen Glaskörper entschieden. Das hat seine Gründe, warum das so ist, das gehört aber jetzt hier nicht her. Natürlich geht das auch in 3D-Druck, bla bla bla, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber es hat eben seine Gründe, erzähle ich euch mal anders. So eine Spritzgussform, die kostet gut und gerne mal einen 5-stelligen Betrag. Ich hatte jetzt Glück, meine war ein bisschen billiger. Dann haben wir die Verpackung, die auch gestaltet werden muss, die Anleitung muss gestaltet werden. Ganz banale Geschichten bis hin zur Tackernadel, die eben diese Verpackung dann zumacht. Insgesamt haben wir so um die 10.000 Euro Kosten, damit dieses Produkt überhaupt entwickelt ist. Darauf kommen dann die 3.000 Euro Materialkosten, die ja in der Laternen schon einkalkuliert sind. Und wie schon gesagt, ich als Geschäftsführer rechne meine Arbeitszeit ja gar nicht mehr mit rein. Weil das möchte man gar nicht wissen. Es sind also nicht nur diese 3 Euro Materialkosten, sondern ich muss diese 10.000 Euro Rüstkosten ja auch irgendwie wieder einspielen und umlegen. Wenn ich jetzt mit einem Euro pro Laterne anfange, dann kann ich natürlich den K-Preis für den Kunden deutlich niedriger machen, müsste aber im Umkehrschluss 10.000 Laternen verkaufen, bis ich diese ganzen Investitionskosten wieder eingespielt habe. Kleiner Hinweis, natürlich kann ich über den Gewinn das anders aussteuern. Das heißt, es müssten nicht 10.000, sondern 8.000 irgendwie Blablabla Laternen sein. Das ist aber jetzt zu komplex, deswegen schiebe ich das auf die Seite. Aber wie gesagt, trotz eines günstigeren Preises gehe ich nicht davon aus, dass ich jemals 10.000 Finescale Laternen in den nächsten, sagen wir mal, wie lange werde ich arbeiten? 40 Jahre werde ich noch arbeiten. Ich werde keine 10.000 Laternen auch nicht in den nächsten 40 Jahren verkaufen. Ich muss also eine Mischung finden und einen plausiblen Preis, nenne ich es jetzt mal, damit dieses Projekt in absehbarer Zeit sich einigermaßen automatisiert und wieder wirtschaftlich ist. Ihr seht also, der Materialwert, egal ob jetzt bei meinen Laternen oder bei einer Lok oder bei sonst irgendwas, das ist das eine, aber da steht ganz viel dahinter. So wie hinter mir, da steht die Hängematte. Nein, im Ernst. Ich bitte euch einfach nur zu bedenken, jedes Produkt ist mehr als die Summe seiner Teile. Boah, was für eine Plattitüde. Zu welchem Lohn und zu welchen Bedingungen würde ich arbeiten wollen? Und auch, was ist mir nicht nur das Produkt, sondern auch das Drumherum, also die Präsentation und der Service wert? Das gilt jetzt natürlich ganz speziell auf unsere Produkte, aber ich finde, das kann man auch sehr gut auf andere Hersteller übertragen. Ich meine, es gibt Hersteller, die machen sich die Mühe, die machen tolle Fotos von dem tatsächlichen Produkt und dann machen die auch Videos und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch die Hersteller, die nehmen H0-Produkt und klatschen einfach groß eine Endkupplung, ganz billig mit Photoshop drauf. Natürlich, Photoshop, ja, die Arbeitszeit kostet auch wieder Geld, aber das ist jetzt nicht das, was ich unter Präsentation oder Service verstehen würde. Aber es war eine nette Überleitung, jeder, auf der ein bisschen in der Branche drin ist, weiß, was ich meine, weil da kommt ja oft das Argument, wenn das Produkt denn am Ende eine gute Qualität hätte, dann wäre der hohe Preis ja auch gerechtfertigt. Ja, kann ich nachvollziehen, aber das ist ja gar nicht das Thema hier. Es geht vor allem auch darum, hier ist aus dem Nähkästchen zu plaudern, und euch einen Eindruck zu verschaffen, was denn alles so noch dahinter steckt. Aber ja, die Qualität, ja, bei manchen ist natürlich ein Thema. Vielleicht mache ich auch mal ein Video dazu, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich ja ganz gezielt nur ganz bestimmte Produkte auswähle, die eben eine für mich gute Qualität haben. Warum sollte ich denn dann über die anderen Produkte schimpfen, die ich überhaupt nicht im Sortiment habe? Und damit sage ich danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir im Shop vorbeischaut und wenn ihr dort seid, vielleicht auch ein bisschen besser versteht, warum wir als relativ kleiner Händler zur UVP verkaufen und das auch wertschätzt, was wir eben drumherum noch machen und dann vielleicht die ein oder andere Bestellung auch bei uns platziert. Ich bin der Daniel von spurendheile.de und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.